willkommen mein name ist an die rülp und ich begrüße euch dricks let's play nr 2 final mix letzten folge haben wir uns eigentlich die hälfte nur cutscenes angeguckt die hälfte des videos ich habe ein abelie termin in so ein gewalt hat also drei um genau zu sein möchte vendor schild auslösen kann dann ist mein gefallen vielleicht sollte ich mal meinen anderen gucken aber die haben nix die haben nix okay die haben nichts weiter in dem x kommt man nichts auslösen wir haben uns in die antiform vorhanden und ja ist nicht so gut gegen die blöden wasser klone das irgendwo unter der gewonnen weil war ich den seine klone fertig gemacht haben was auch immer hat sein bedeuten soll jetzt müssen eigentlich auftauchen den er machen und die gegner müssen ja wieder auftauchen weil ich war ja zwei gebiete weiter weg so funktioniert hat nämlich egal so als kann jetzt mal ein paar katzchen die man was springen müssen aber ich schon gesehen haben wir letzt mal aber mich geht auch darauf sagt wir sollen nicht durchgehen dann sehen wir den typen von der ergebnis ja okay als wird es übersprungen gut wir machen mal ein bisschen besser blöde ist würde mich lieben gerne mal in einer form hier verwandeln aber wenn ich mich beim letzten mal die antiform verwandeln dann möchte ich mich von diesem mal auch in die antiform verwandeln normalerweise kann man mit der weisen von mir gut die dinger ich habe dann schon wieder nicht glaube ich das ist mir ein bisschen zu knapp ja ich kann keine situations kommen alles macht man in der form also auch damit ich liebe diese form nein es gibt zwar nicht dieser blöde pasta ok keine form daneben warum nicht wo ich könnte mich auch hier verwandeln ich habe immer gewesen schon mal alles ja wenn man sich einmal in die antiform verwandelt dann in ap ap drei punkte zwei fleißer auf null ja ok weiter okay was halt helden vor allem warum du dagegen machst mir schon in der form ich habe zurück verwandelt ich glaube ich habe ich werde echt zurück verwandelt in der form ich bin früher als du wurde ich kann immer abschütz haben so verabschicht machen wo ich habe übrigens nicht die ditte auch sehr gut das wird aber knapp wenn man zweimal angreifen dann muss man die machen ja er ist noch geschafft okay aber jetzt keine form mehr hier schlecht aus achten aber ja ich habe mich mit wasser bei von diesen klonen ab sie ist eigentlich nicht so schwer auch wenn sie war zu uns kann man noch mehr nämlich ich habe ja glück nein habe ich nicht komme ich mache ich nicht da kommt schnell ich bin dann damals aber eine sehr doofe idee wäre sogar richtig ich jetzt erledigen sein geweck so muss doch sein so knapp das war awesome ja genau so viel ich aber so als könnte irgendwie auseinander ganz oft du hast es gesucht werden hier verbauen können so you sure have lots of friends to help so i guess we better all pull together and finish this battle for good yes your majesty ja 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 es ist mit wütend ok du halt es immer ein bisschen also ja das war mit dem außen nichts er lebt noch jetzt mal ganz ehrlich wer hat es geglaubt das ist gut wie ich tot war dass sie das jena kam somit noch nichts und so jetzt mal ganz ehrlich ist es echt nicht ein spoiler würde ich sage dass er nur lebt weil das ein spiel von disney hallo die können wir nicht irgendwie feigen lassen nicht ich kann der neue rüstung tragen wenn man noch ein stück viel irgendwas anderes aus dem blitz oder war das über mir war da gerade dann sind okay beginnt der epische teil habe ich immer noch einer p dann kann ich rufen kann ich meine meine zweifel voll weimar aber meiner sagen warum donald nicht dabei ist es war ganz ehrlich meine strecke anfangs aber trotzdem da sind immer so zeigenungen die mir irgendwie keinen sinn machen okay wir haben die jetzt hier bei uns aber trotzdem nein entschuldigt mich einen moment da ist wieder drin ok wer zunächst mal leon schon alleine ist ein ding jetzt kann ich rufen okay verdammt kann all die geilen sachen nicht machen wenn man allein ist trotzdem wird man auch allein sein in irgendwelchen unnötigen stellen ich blocken aber ach ja ich kann mich ja in die limit kann ich nur wissen welcher angriff hier am wenigsten weiß gar nicht mal da es ist doch doch auch okay ich bin jetzt auch ich bin jetzt ich bin jetzt ich bin jetzt stadt meine hand da wird man die nur auf wenn man kombo abschluss gemacht hier mit klatschen dinge und so diese limit fähigkeiten abschluss dinge ich habe mir auch dann würde ich gucken welche angefangen wenigsten mp hey ich meine türen was soll denn das? Dürf. Um. Aber ja. Magiekraft, jawoll, das hab ich noch gebaut. Entschuldigung, ich konnte die nicht schnappen. Ja, von mir haben wir gleich noch genug zu sehen. Ja, vielleicht auch nicht. Wart. Dann geht er wieder zu den Planeten. Ja, ähm, boah, wir kommen nicht nach. Keine Ahnung. Gar nicht da, glaube ich. Die Auflage. Kann nicht angesetzt werden, wenn nicht genug MP vorhanden sind. Ach so, okay. Okay. Du hast auch mal zu wissen, nach zehn Jahren so ungefähr. Ich kann nicht fassen, was er... Oh. Oh. Goofy! wenn er sagt er so einen Haufen Idioten. jetzt mal ganz ehrlich haben wir hier unseren fünf minuten dramatisch fünf minütigen dramatischen moment und ja was soll vor allem man hat sogar noch eine fähigkeit für die bekommen nach dem boss kampf gegen dem x allein das ist doch schon sein das hat doch schon irgendwie so ein zeichen geben dass so viel nicht weg ist das große tal überhaupt zurück manchmal hatte ich auch hier weg okay eine verlohene seite hier so kommen die flessenden gibt da bieter geil alles klar dann rein da und der nächste kampf auch in feinemix viel besser umgesetzt ist was mit dem Das ist der Mann, der nicht so groß ist! Das bedeutet, dass es seine Nürnberg! Der Leiter der Organisation 13! Geen. Warte mal, jetzt weiß ich. Wieso, Ansem? Ich bin hier für Sie suchen. Warte mal. Ich bin froh, wir haben die Möglichkeit zu sprechen, mein Freund. Ich bin intrigiert von Ihren Hypothesis. Und ich finde es schwierig, zu stave auf die Urhe zu testen. Aber ich bin noch nicht über die Stabilität der Welt. Ja, das ist mir auch das. Die Tür, die sich geflogen haben. Die Stabilität. Ich glaube, meine Forschung könnte das auf uns bringen. Herr Ansem. Regarding the experiment I presented the other day, with your permission, I'd like to proceed. Ich lasse es. Forget this talk of doors and the heart of all worlds. That place must not be defiled. Aber, Master Ansem. Ich habe schon gedacht. Zehanort. Diese Gedanken sind besser vergessen. Das war ja. Oh mein Gott. Jetzt bin ich erinnert. Zehanort, Ansem's Apprentice. Der leader von Organisation 13 ist Zehanort's nobody. Ich hab mein Noble Schuss seriously schwert. Zirahort's niemand. Na ist klar. aber das machen wir in der nächsten folge wir hatten schon genug epische momente finde ich und ja ich möchte keinen extra part machen also dann schön für zuschauen und bis zur nächsten folge